Hallo zusammen, ich bin Janja, Fachfrau Betriebsunterhalt im ersten Lehrjahr bei Energiewasser Bern. Ich möchte dir meine Ausbildung und meinen Berufsalltag zeigen. Komm doch mal mit. Bei mir steht die Vielseitigkeit im Vordergrund. Ich arbeite draussen wie auch innen und habe mit verschiedenen Arbeitsmitteln zu tun. Ich fahre, meine Ferrari-Putzmaschinen im Innenhof auch, die Reinigung gehöre zu meiner Tätigkeit. Ich lehre, für feine Bären zu essen, dass es dazu viel Pflege braucht, die ich pflegen darf. Meine Kraft setze ich unter Beweis beim Grünunterhalt. Als Fachfrau Betriebsunterhalt musst du flexibel und zuverlässig arbeiten können, auszudäumend sein, auch wenn es nicht gerade immer klappt. Bereitschaft und Faszination aufbringen, für eine Dienstleistung zu erbringen. Wenn zum Beispiel der Schlüssel eines Mitarbeiters programmiert werden muss, macht es mir Freude und bitte auch die Dienstleistung, sodass der Kunde zufrieden ist. Dir hat der Einblick in meinen Berufsalltag gefallen? Dann geh auf www.ewb.ch.de Dann hast du die Jobs noch weitere Informationen geholt. Wir würden uns freuen, wenn du ein Teil von unserem Team wirst.